so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play f1 2019 mit dem nächsten rennen herzlich willkommen in monaco das wahrscheinlich schwerste rennen der saison oder mit eines der schwersten rennen der saison steht heute an hier im fürstentum wir wollen natürlich hier mit dem wieder ein paar punkte holen und wenn es genauso klappt wie in spanien wirklich auf den letzten drücker dann bin ich auch happy 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 aber mal gucken was drin ist letztendlich in diesem doch relativ schweren rennen aber da kann ja viel passieren so nach gestern meinem kommentierten stream aus der classic liga jetzt heute auch in der karriere mit mir heute habe ich weiße vorgestern was ja mal ein bisschen was anderes ich komme hier übrigens nicht die ganze zeit sondern nur wenn ich ja wirklich die zeit dazu haben so die wetter voll sagen trocken ist qualifiziert das rennen das ist wichtig auch das ist gut das ist äußerst gut australien im disco achter platz in bahrain 17 18 wir haben vier von drei von fünf rennen haben wir bisher gepunktet das ist eigentlich ganz gut kann man mit leben auf jeden fall ja gut die disco in australien naja weil mein lenkrad irgendwie nicht wollte wie ich das gerne gehabt hätte aber das sollte jetzt hoffentlich nicht noch mal passieren so wir müssen so wie klar natürlich weiter haben bisschen leistung in das auto aerodynamik damit wir da auch ein bisschen weiter gemacht bekommen gut gehen wir rein das erste freie training hier im festentum der grand prix von monaco steht an und wir starten das wochenende mit dem heutigen freien training das ist nicht gerade die einfachste strecke für die teams bietet die session also wertvolle zeit die gilt es zu nutzen ich bin wieder mit stefan römer vor ort schön dich zu sehen und ich möchte dich auch gleich fragen wie diese fahrer die autos während des trainings verbessern wie viel denkst du kennt man bereits durch simulationen und wie viel arbeit muss man schließlich noch mit den echten wagen auf der echten strecke einstehen eine sehr gute frage und ich glaube es lässt sich leicht damit beantworten dass man nie genug informationen haben kann die größeren teams haben sehr komplexe simulationen und kluge leute die sozusagen im hauptquartier mit den zahlen spielen sie können wir allerdings nicht sagen wie die streckenbedingungen sein werden wie hoch wird die temperatur sein und wie wird sich das alles auf die reifen auswirken es gibt millionen an variablen die für das rennen an sich wichtig sind doch der computer kann das auto den bedürfnissen des fahrers nie ganz anpassen irgendwann muss man ein mensch mit dem ding fahren und alles so richtig spüren weshalb die fahrer unterschiedliche einstellungen haben nichts ist besser als das testfahren auf der strecke ja wir wollen natürlich in monaco auch ein bisschen was holen punkten ich habe natürlich wieder ein set up drin ich habe genau das kanal das set up gut im kanal da kann natürlich durchaus ein bisschen regen passieren so wir überspringen kurz eben die kleine wartephase weil sonst hätte ich zwei minuten jetzt durchquatschen müssen und wir gucken mal was auf der strecke drin ist heute hier in monaco im fürstentum die strecke wird natürlich alles andere das wird heute wieder dieses wochen also alles anders einfach werden da müssen wir nicht aufpassen also ich kann sagen dass ich ein bisschen weniger quatsche weil ich mich auch mehr konzentrieren muss auf dieses rennen das wird definitiv alles anders einfach werden heimrennen wir uns von schalleklär ja genau das meine ich es passiert das kleine mal passiert ist hier ist klar wie gesagt noch mal heimrennen von schalleklär auf jeden fall und hier die engste kurve des rennkalenders ich fahre die quasi einhändig weil ich mit beiden händen um die kurve rumkomme schalleklär auf jeden fall schalleklär auf jeden fall wir sind eine halbe sekunde hinter ihm also das auf den langsamsten reifen wir packen leider noch nicht dass george russell unseren teamkollegen ja das ist halt auch monaco da kann auch mal ein fahrer der gerade aus der box rauskommt wie es jetzt in diesem fall Valtteri Bottas ist da muss auch mal ein bisschen im weg stehen ja 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 das ist So konzentrieren jetzt gerade wieder, dass ich nochmal eine Runde gesetzt bekomme. So, wir sind momentan ein bisschen besser dabei jetzt. 22 sogar violett mittlerweile. 16,5. Damit sind wir, glaube ich, auf Platz 2 gerade gesprungen. Also durchaus ein guter Auftakt hier aus Monaco. Zumindest jetzt. Dritter momentan hinter Herr Leclerc und hinter Lewis Hamilton. Also wir sind dran. Wir sind deutlich verboten, wir sind verboten. Das ist es halt auch immer. Vor allem Leclerc ist nur ein 300. Vorsprung auf den leichtesten Schlitzreifen. So, das ist das erste Freitreten. Natürlich werden wir keine Top-Ergebnisse erwarten. Ob er Platz 4 tatsächlich ein Top-Ergebnis wäre. Also mal gucken. Der Leclerc muss natürlich zeigen, oder will natürlich sein Publikum zeigen. Also er kann, 9.7. momentan. Vor, Daltteri Bottas zum Beispiel. Vor Verstappen. Also durchaus ein Dings. Und wenn man die ersten Fahrerwechsel kommt. Man munkelt so abbrennen in 8. Das wäre das übernichtste Rennen. Das wäre das Rennen nach Frankreich. 8.8. Momentan nur. Aber es ist okay. Gasly. Genau so ist es. Das war erstmal nur das Training 1. Zuerst mal meinen Glückwunsch. Das muss sehr aufregend sein. Denken Sie, dass Sie Ihre Zuverlässigkeitsprobleme bis zum Qualifying in den Griff bekommen? Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang getrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Ja, ein bisschen Abtrieb fehlt da noch in dem Auto. Danke für den Kommentar. Da ist man noch etwas bunt. Danke, dass Sie sichiting das Jahrhundert wunderbar. H béigen Sieули. Kondpring always. 10.000円 treaties. Tipp hat dazu. Aufgabe ich hoffe, der wir natürlichen und dort be存 traverse, werden wir unsereرة hinweisen. Wie ist das crawletriebe? Die Geschichte da ist auch immer noch Druck muss. Und nur noch etwas. Wie ist das Drum nach Rennen? So, kleine Situation noch am Ende des freien Trainings, haben wir ein bisschen was geändert. Ah, Racing Point und Renault haben sich ein bisschen vorgearbeitet. Die wollen natürlich ein bisschen, die wollen natürlich wieder, oder beziehungsweise können sein, könnte sein, dass wir da mit dem Angeboten bekommen, aber momentan habe ich auch keine Gedanken daran, Williams zu verlassen, also wir wollen das Team ja wieder dahin bringen, wo es hingehört, nämlich nach vorne und ich habe mich übrigens auch als Williams-Fan super gedauert und gefreut über diesen, ja doch nachträglichen Punkt für Robert Kubica beim Deutschland Grand Prix, auch wenn es natürlich die beiden sauber getroffen waren mit der Disqualifikation, aber dann schade für die Jungs, aber zumindest halt so Kubica allen nochmal gezeigt, ey, ich bin doch noch da, ich kann doch nochmal was mal reißen und holt sich zumindest in der ersten, wo zumindest einen Punkt. Ja, soweit ist man bei Williamson in den letzten Jahren schon, dass man sich über einen Punkt nur freut. Damals hat man gedacht, na, zu wenig, aber wie dem auch sei, naja, gehen wir rein ins zweite Freitrainings. Wir können vielleicht auch von Punkten träumen, wir sind nur 8er, wir sind zumindest 8er geworden. Also, ok. Dann gehen wir mal wieder auf die Strecke. So, jetzt gehen wir mal mit den Medium-Reifen auf die Strecke, mal gucken, was die können. Das erste Freitrainings hat schon mal ein bisschen gezeigt, wir können mithalten, was Punkte betrifft, aber das schaffen wir auch tatsächlich, das wäre super. So, natürlich ein bisschen Concentration jetzt gerade. So, jetzt schön hier die Löwskurve, die ganz, ganz enge Kurve. Ah, da freue ich mich schon wieder auf den nächsten Grand Prix, weil Monaco ist so eine spezielle Strecke. Alle, die mir nicht so liegt, genauso wie Baku, ich mag diese Stadtkurse nicht mehr, aber jetzt, äh, die nächsten, nächste Rennen, äh, Kanada und Frankreich, könnte uns wieder ein bisschen liegen. So, die erste schnellste Runde von Max Verstappen, das wird wahrscheinlich kein, wird wahrscheinlich keine Zeit werden, die uns jetzt groß, für uns groß erreichbar ist, darum ist es richtig. Oder auch doch. Nur minimal hinter dem, äh, hinter dem Red Bull, 200 Zill, nicht mal. Wo diese Strecke in den letzten Jahren eher dem Red Bull lag. Ich arbeite mich jetzt gerade ein bisschen rein. Oh, das wird natürlich Zeit kosten. Ja, Max hat auch nochmal eine Zeit raus, wir haben natürlich ein bisschen Zeit liegen lassen jetzt gerade. Ah, das wird nichts reichen. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal eine Zeit hin. So. Ja klar, die grünen Zeit, die habe ich verdient, da komme ich aber nicht um die Kurve, da muss ich mich ein bisschen verbrennen, das muss man auf jeden Fall abstellen. Ja, habe ich die Box wieder. Ja, habe ich die Box wieder. Das war der Flügelschaden, natürlich, klar. Ja. Ja. Mal gucken, ob wir etwa kommen, ob die Mercedes dann nochmal zurückkommen. Hamilton schlagen wir momentan auch auf den gleichen Reifensatz, also wir sind momentan gut dabei vorne. Warum nicht so ein Rennzeug wie damals in Malaysia, mit dem Sauber, wo ich das Ding gewonnen habe, das auch keiner erwartet hätte. Warum soll das nicht in Monaco passieren? Aber abwarten, es ist immer noch das zweite freie Training, ich glaube letztes Jahr sind wir im Training auch relativ gut und im Qualified gut dabei gewesen und dann haben wir uns im Rennen böse verkackt. Also, ich bin dann auch sehr vorsichtig. Und da jetzt alle Fahrzeuge, die die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierungen. Verstappen, Richter und Pierre Gass. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurückziehen. Ja, jetzt war es auf 20, Rekön auf 19, also die harten Reifen auf Bottas, nur auf 17, also auf einmal. Ja, schauen wir mal, wir sind Zweiter. Und das auf den Medium, also wir sind schneller, wir sind die Schnellste mit den Harten, wir sind die Schnellste mit dem Medium. Mal gucken, was die Schnellste mit jetzt, vielleicht sind wir auch die Schnellste mit jetzt oft, mal gucken. Das werden wir nämlich gleich im dritten freien Training auch sehen. Das ist eine Schnellste mit der Schnellste mit der Schnellste mit der Schnellste mit der Schnellsteine. Dann gehen wir mal rein ins dritte Freitraining, liebe Leute. Gut. So, dann setzen wir uns mal ins Auto und fahren ein paar Runden mit den Soft-Reifen. Äh, ja doch, mit den Soft-Reifen, ja. Es gibt ja keine Hyper-Soft und sowas mehr, sondern nur nur reine Soft-Reifen. Upsi. Gleich ist es angedutscht. So, wir gucken mal. Also, es gibt ja kaum eine Strecke, wo wirklich der Stadtplatz wichtiger ist als hier. Hier ist es wichtig, sehr weit vorne zu starten, um sich eventuell aus dem ganzen Getümmel rauszuhalten. Oder wegzufahren. Und gucken wir mal, wenn wir wirklich verzweihungen sollten in der Qualifikation morgen, äh, dann seht ihr mich hier wirklich jubeln. Also, da freue ich mich drüber. Aber mal gucken, wie geht's los? Momentan sieht es eigentlich ganz gut aus für das Auto, für uns. Upsi. Also, wir sollten mal aufpassen, wenn wir da nicht... Wollt das mit 1,15,9? Ich hab hier jetzt gesehen, was der für Reifen drauf hatte. Medium. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Bestseid. Knacken die Bottas-Zeid. Yes! Also, wir sind wirklich gut dabei heute. Auf einmal liegt die Strecke wieder. We've had to spend time repairing the damage to the car. Wenn auch nur knapp. Wir sind vor Valtteri Bottas auf einmal. Wir haben... Bestseid im zweiten... Im zweiten Sektor. Da haben wir's geholt. Erste... Erste Bestseid Bottas, äh... Erste Sektor Bestseid Bottas. Zweite Sektor Bestseid Science. Äh, Quatsch. Bestseid uns. Und dritte Sektor Science. Der Flügel ist dran. Ich hoffe, wir haben genug dabei. Wir sind sogar auf Standort gefahren. Ich war fett. So, ein bisschen Concentration jetzt gerade. Das war nicht... Führung ist dran verhämmelt, ne? Wir haben mal eine beste Zeit hinterher gesetzt Und minimal, aber wir haben zumindest eine Zeit gesetzt Dafür sah es eigentlich gar nicht mal so gut aus In den ersten Sektoren Die hatten inzwischen über eine halbe Sekunde Rückstand Aber scheinbar funktioniert das gerade jetzt so ein bisschen So, jetzt geht es im Hafen ein bisschen rund Letzte Kurve Casino Da wird das nochmal eine neue beste werden Und zwar auch im dritten Sektor Wunderbar, drei West-Zeiten hintereinander gesetzt Also wir sind da, wo wir uns eigentlich nicht erwartet hätten Aber auf einmal funktioniert das Auto Bestzeit, wir haben ja nochmal gekonnt, am knapp Na, Hamilton, auf einmal, wenn wir die Zeit nicht gesetzt hätten Jetzt gerade, wären wir nämlich nicht vorne weg gewesen Viertel auf drei Klick leer auf sieben Also die Ferrari Sainz dazwischen Auf jeden Fall Weber am Sauber dabei Worte wahrscheinlich zurecht zu kommen in diesem Rennen Hamilton, ja, war klar Dass der nochmal mit einem frischen Zertreifen Und uns Den ersten Platz wegnimmt Aber gut, dann was erwarten wir Wieder zweiter Also sehen wir uns unsere Top 3 Noch einmal Hamilton, Richter und Lukas Weber Das war's, das Training ist offiziell beendet Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Ein Williams und ein Sauber, beziehungsweise ein Alfa Romeo Auf den ersten Unter den ersten drei Das muss ja auch mal sein Danach haben wir Clemen Also das sind alles Teams Die man nicht unbedingt dort erwartet hätte Bottas, wie gesagt, nur auf 12 Der kommt ja auf dieser Strecke überhaupt nicht zurecht Also der Hat mega seine Probleme Aber Auch er kann sich natürlich noch steigern So Wieder ein paar neue Dings Uh, William Es wird auf jeden Fall Wieder ein bisschen was Eingebüßt Warum auch immer Warum gar nicht? Gute gibt es ja wohl Guck mal, die Hütterversage Toilify und Trocken Das ist mir die wichtigste Information Ich habe Regenrennen Aber noch nicht so viele Gut Ja, gut Ein paar Informationen von Jeff Auf jeden Fall Klar Diese Strecke ist auch Hat nichts mit dem Tempo zu tun Sondern wirklich rein mit dem Mit der Metallnühe Du musst dich hier wirklich komplett konzentrieren Und alles drum und dran Ansonsten Gehst du hier komplett waden Gut Dann würde ich sagen Mal mal feiern Wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder bei Let's Play F1 2019 Mit dem Qualifikations-Training Zum größten Monaco Das war das freie Training Für diesen Freitag Wir sehen uns morgen wieder Um 14 Uhr Wenn ihr Bock habt Bis dahin Und tschüss